Ja, das mit den Samen ist nicht so einfach, ne? Man hat nie den richtigen Samen. Ja, und viel zu wenig Ausdauer. Und viel zu wenig Ausdauer, ja. Gerade mal vier, fünf Samen verbraucht schon keine Ausdauer mehr. Muss man wieder eine halbe Minute warten. Ja. Eine halbe Minute? Nur eine halbe Minute. Ja, es ist ja Valheimzeit, ne? Ja, okay, stimmt. In Valheimzeit kommt es hin, ja. So. Ist nicht so einfach, ne? Das sind so etwa fünf echte Minuten. Was ja auch schon nicht schlecht ist. Ich finde es geil, wie das Spiel sagt, benötigt kultivierte Erde. Wenn man inmitten eines Feldes mit kultivierter Erde klicken will. Denk dran, dass du noch in Zirnon vorbeiguckst und das Zeug auf der Brücke lootest. Ja, das ist das nächste, was ich hier machen wollte. Gott, viel zu viele Karottensame, ey. Der war übrigens ziemlich stark. Glaube ich. Ach ja, ich habe vergessen, Hallo zu sagen. Hallo. Guten Tag. Hallo. Stay a while and listen. Hallo. Nochmal zur Erklärung. Ich habe, als ich hier auf der Map Kupfer abgebaut habe, in der Nähe der Ebenen, da ist mir ein Kobold gefolgt. Bis zur Basis und ich musste ihn töten. Ich hatte keine Wahl. Da liegt sein Loot, aber ich werde es nicht aufsammeln, denn das ist noch nicht das, was ich sehen will. Ich kann sich auch nicht vor allem verstecken. Ich will mich erst mal im Gebirge austoben, bevor ich den Loot aus den Ebenen sammle und deswegen schicke ich jetzt Spinatpizza vor. Denn denen macht das nichts aus. Dem ist das egal. Die Fackel war schon wieder aus. Was sagst du? Die Fackel war schon wieder aus. Welche? Alle. Wie alle. So, außerdem habe ich diesen sehr gesunden Meth hergestellt. Das ist wohl sowas wie ein Heiltrank, was ganz cool ist. Denn sowas haben wir eigentlich schon die ganze Zeit irgendwie gebraucht und hatten es nie. Ich weiß gar nicht, wie wir bisher klargekommen sind ohne sowas. Das war wohl mehr Glückssache. Also ich mit Honig. Das war wahrscheinlich mehr so Glückssache. Honig. So. Ja, wir bereiten ja gerade im Prinzip unsere große Rohstofffahrt vor. Das Portal heißt immer noch Portal und nicht Kölnern. Ja, wir müssen es noch umbenennen. Das konnte ich aber leider alleine nicht, wie du dir vorstellen kannst. Das war etwas schwierig. So, ich lager hier schon mal das Eisen ein und alles, was ich verarbeitet habe. Das ist schon immerhin ein bisschen was. Und wehe, du gibst jetzt ein Laut von dir, wenn du das aufsammelst. So nach dem Motto, oh scheiß, ist das geil oder wow, was für ein Shit, wow. Nee. Aber ich kann dir sagen, was neun von den zehn Gegenständen waren. Was denn? Sachen, die wir auch schon haben. Okay. Das heißt, nur eine Sache war neu. Ja. Und wenn du den Goblins kennst, dann weißt du vielleicht, was diese neun anderen Sachen waren. Warte mal. Und die Sachen, die, das was neu war. Ist das, ist das, ist das ein Holz? Ist das eine Waffe? Ist das ein Kreaturenteil? Als ob Gegner Waffen, hast du das schon mal gesehen hier? Ja, kann ja sein, dass das da so ist. Oder ist das, ist das, dann ist das ein Kreaturenteil. Ein Goblin-Ohr, ein Kobold-Ohr. Ich sag dir nicht, was das ist. Okay, find ich gut. Find ich, find ich gut. Ohne Scheiß jetzt. Find ich, find ich wirklich gut. Aber ich kann die anderen Gegenstände in die normalen Kisten wegsortieren. Weil du eh nicht bemerkst, dass es... Welche das sind. So, jetzt hab ich alle Kisten angepasst und du weißt nicht, was... Ach, kacke. Droppen die Kohle? Droppen die Kohle? Nein. Ach so, schade. Wir haben doch schon Gegner die Kohle entworfen. Sodlinge. Ja. Hm. Was denn? Hm. Was denn? Hallo. Ich muss grad mal überlegen. Moment. Das dürfte dann ne Weile dauern. Ich weiß nicht, wo ich den Gegenstand hinpacken kann. Welchen denn? Ja, den, den du noch nicht kennen willst. Ja, in deine komische Truhe, oder nicht? Ja, 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 ja. Ach na, Moment mal, Moment mal, das verrät mir, was für ein Gegenstand das ist. Nein. Das verrät doch, das verrät mir gerade, was für ein Gegenstand das ist. Weil meine Kiste voll ist? Weil du damit offenbar nicht einfach so durchs Portal verschwinden kannst. Und das bedeutet, dass es ein Erz ist. Nein, 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 nein. Das ist kein Erz. Nein. Das ist ein Erz. Kev, ich bin zu klug dafür. Du kannst mich nicht verarschen. Es muss ein Erz sein. Es kann ja nichts anderes dann sein. Wenn du nicht durchs Portal gehen kannst. Outplayed. I'm so smart. Jetzt weiß ich, dass es ein Erz ist. Aber cool. Das ist neu. Das hatten wir bisher noch nicht. Das heißt, die Kreaturen der Planes droppen das nächste Erz. Nein, nein, nein. Das ist interessant. Aber das ist auch geil. Denn das bedeutet ja, dass das Erz auf jeden Fall immer respawnt. Es sei denn... Nee, doch. Doch muss es ja dann. Oder in den Planes respawnt einfach nichts. Das wäre aber irgendwie... 50 Gegner, alle tot. So. Planes sind... Plane. Ja, also es wäre schon irgendwie ein bisschen sehr lame, wenn das so wäre. Deswegen kann ich es mir auch nicht richtig vorstellen. Also... Hä? Duke Geradlo, I have arrived? Hä? Hä? Das stand gerade, du bist nochmal arrived. Ja. Wie kann das sein? Weißt du, wieso? Wie, wieso? Machst du da einen komischen Trick? Nein. Das kann man schreiben. Wie das... What? Du kannst das schreiben. Hier, ich kann es nochmal machen. Und warum machst du das? Um dich zu träumen. Achso. Du kannst mir helfen, das ganze Zeug rüber zu schleppen. Ich kann dir hier Bäume eingepflanzen. Also das Fertige. Das könntest du auch tun. Das wäre gar nicht so scheiße. Du hast 12 Samen hier. Wie gesagt, wenn du noch mehr Samen brauchst, kann ich dir noch mehr Samen geben, Kev. Wo willst du die denn eingepflanzt haben? Du weißt ganz genau, wo ich sie eingepflanzt haben will. Okay, Moment. Komm mal rüber. Aber ich kann nicht. Ich darf nicht. Die menschlichen Rechte verbieten. Oh, cool. Man sieht die Halbbarkeit mit dem Kultivator auch. Gut, Tundo. Falls du das Baumenü bist. Streng genommen bräuchten wir hier noch einen Schmelzofen. Das dauert sonst zu lange. Wir müssen hier tatsächlich noch relativ viel einschmelzen. Das ist nicht möglich. Was? Noch einen Schmelzofen. Wir haben nur noch vier Surtnenkerne. Und wir haben keinen Platz mehr. Ja, oder wir nehmen ansonsten die Rohstoffe mit. Soll ich jetzt die Bäume hier einpflanzen oder bei der anderen Basis? Ich würde sagen bei beiden. Dann pflanze ich hier welche vor die Tür. Dann steht unsere Überfahrt nach Tamrudin an. Und dort werden wir erstmal, bevor wir dann wirklich zur Hauptbase fahren, noch so viel das Gebirge erkunden, wie es irgendwie geht. Dafür habe ich auf jeden Fall schon mal ein paar Frostwiderstandstränke noch mal für mich bereit gehalten. Und wir haben auch noch diese Heiltränke, die wir sicher beide gut gebrauchen können. Und dann werden wir das Gebirge in Tamrudin noch mal ein bisschen näher erkunden. Also verhältnismäßig haben wir relativ wenig Eisen im Vergleich. Das Problem ist, das Problem ist, hier unten zieht sich der Sumpf ja noch weiter. Da könnte noch viel mehr Sumpf sein und dementsprechend auch mehr Krypten. Bäume sind eingepflanzt, der Herr. Sehr schön. Ähm, ich überlege, ob es vielleicht klug wäre, noch mal in den Sumpf zu gehen und zu gucken, ob da Sodlinge noch gespawnt sind. Müssten sie theoretisch. Ähm, ich gebe dir mal eben die Kohle. Warte. Ich habe hier noch 10 Kohle. Okay, was soll ich damit? Ähm, nachlegen in den Schmelzofen, weil ich mal eben weggehe. Dann gehen sie, gehen sie. Ich esse mal eben was und gehe mal gucken im Sumpf, ob die Sodlinge gespawnt sind. Außerdem muss ich in unserer Hauptbase mal eben was nachlegen. Nämlich Kohle. Also Holz, die Kohle. Ähm, das Bauwerk kann ich euch mal zeigen. Also Spinatpizza hat hier ein bisschen was gebaut. Ich bin noch nicht dazu gekommen, weiterzumachen. Ich weiß, das ist ja auch erstmal nur so ein kleines Sneak Peek. Also, ähm, hier haben wir jetzt so ein Schild. Also das kriegt jetzt immer mehr so Dorfplatzcharakter hier. Und Spinatpizza ist hier gerade dabei, so ein bisschen was zu bauen. Und zwar ist es ein Test, äh, ein Haus mit einem Keller zu bauen. Und das ist in Valheim tatsächlich gar nicht so einfach. Denn wenn man etwas, also man kann keinen Tunnel unter irgendwas durchbauen. Wenn man irgendwas abbaut in die Tiefe und dann weiter reingehen will, weiter reinbauen will in etwas, dann gräbt man immer direkt alles ab, was auch darüber befindlich ist. Und das ist halt ein kleines Problem. Und er hat hier eine geniale Konstruktion gemacht mit Stein, die in einer kompletten Holzverkleidung sind. Weil normalerweise könnte dieser Stein so nicht stehen. Das geht eigentlich nicht. Aber er hat das komplett in Holz verkleidet. Und so hält es dann tatsächlich. Und deswegen war es möglich, hier auch so einen Keller bauen zu können. Mit Steinboden. Also das ist ziemlich, ziemlich gewieft, muss man sagen. Und auch dieses kleine Vordach hier finde ich cool. Das... Uns fehlt das Eisen. Hä? Uns fehlt einfach das Eisen für die coolen Holzbalken. Ja, das wird wahrscheinlich auch noch eine Weile so bleiben. Denn wenn wir Eisen jetzt in der Hauptbase haben, dann denke ich mal, dass wir auch vielleicht mal diese Eisen... Also Eisen-Axte haben wir beide noch nicht, oder? Äh, nö. Siehste. Du hast die Eisen-Axt nicht, ich hab sie auch nicht. Und ich würde... Also es wäre cool, wenn wir die beide hätten. Und... Es gibt ja auch noch die Streit-Axt, die ich auch noch gerne hätte. Und die Streit-Axt zum Beispiel ist sehr, sehr teuer. Die kostet 35 Eisen. Und das Problem ist, dass es auch noch weitere Sachen gibt, die sehr teuer sind. Zum Beispiel... Das Silberschwert. Das Silberschwert kostet nämlich auch Eisen. Aber wozu brauchst du eine Axt und ein Schwert? Ich würde das einfach mal ausprobieren. Muss jetzt nicht unbedingt... Also es muss nicht unbedingt jetzt sein, aber irgendwann mal... Würde ich schon gerne die Eisen-Axt mal ausprobieren. Oder halt, wenn dann noch eine bessere Axt kommt, dann halt die Axt. So, ich brauche jetzt erstmal ein bisschen was zum Essen wenigstens, damit ich ihn nicht so vollkommen unbewaffnet ist. Beziehungsweise ungebufft in den Sumpf gehe. So. So. Ich mag... Ich mag unser Dorf. Aber ist es noch im Entstehen? Ja, total. Ich frage mich halt vor allem, wie groß am Ende dieses Königreich wird. Nicht so groß. Meinst du? Ich glaube schon. Weil wir einfach verrückt sind. Wie ihr einfach keine Kohle? Doch, hat er. Aber er hat das Erd noch nicht nachgelegt. Ich habe gerade überlegt, wo ich jetzt neues Holz herhole. Neue Kohle zu machen. Ich habe noch... Ich habe wieder 40 reingelegt jetzt. In die Truhe hier. So, dann gehen wir mal eben in den Sumpf. Ich glaube, am schnellsten geht es, wenn ich einfach hier mal eben... Und dann... Ordentlichen Sprung. Boah, ich hoffe wirklich, dass man irgendwann angeln kann oder so. Weil es nervt mich mit den Fischen dermaßen. Ist unfassbar. Wow, aber ich wollte gerade Bäume fällen und fälle gerade Graulinger. Aber die bringen doch gar kein Holz, Kev. Doch. Das ist ja das Traurige da dran. Ja, aber nicht viel. Aber mehr als gar nichts. Ja, das schon. Und die Axt geht trotzdem kaputt. Kev, bist du ein Fuckboy? Völlig kontextlos einfach diese Frage gestellt. Er weiß auch gar nicht, was er darauf antworten soll. Du würdest auch nichts drauf antworten. Doch. Nee. Doch. Du stellst mir aber die Frage ja nicht. Ja, weil du dann sagst ja, ich habe zuerst gefragt. Siehst du? Aber ich kann den Baum nicht mit dem Bogen fällen. Sag mal, bin ich heute komplett bei der Sache? Nein. Und jetzt fällt der Baum nicht. Danke. Surtling-Trophäe. Du hast ja schon so viele Gefahren, dass du eine Trophäe bekommen hast. Sieht so aus. Und ich habe einen Surtling-Kern bekommen. Sogar zwei. Leuchtet die im Dunkeln? Drei Surtling-Kerne. Wo liegt auch überall Kohle rum. Ja, die droppen ja auch Kohle, ne? Ja, aber auch so um das Vorkommen, also um den Spawner herum ist auch überall Kohle noch. Ja, wahrscheinlich, weil sie mal gestorben sind zwischendurch. Kann sein, ja. Die Stillen brauchen wir auf jeden Fall auch wieder neu. Ich meine, die Gegner sind ja nicht sehr schlau. Wo ich gerade mal hier bin, kann ich die auch mal einsammeln. Soll ich mal eben diesen schmalen... Was denn? Ich habe vergessen, dass hier so ein winzig kleiner Fleck an Sumpf ist. Hier sind gerade Blobs vor mir. Lauf. Flieh, du mal! Nein, Gandalf. Ich kann nicht einfach fliehen. Ich habe Rübensamen gefunden. Geil. Nicht die Samen, die ich dir eigentlich geben wollte, aber auch schon nicht schlecht. Ich spaziere mal so ein bisschen an diesem Strandstreifen entlang. Diesen Sumpfstrandstreifen. Um zu gucken, ob hier noch eine Kripp da ist. Ich sehe dich nicht mal auf der Karte. Habe ich ausgestellt. Du Verräter! Habe ich letztes Mal ausgestellt. Schleiß dich hier einfach still und heimlich weg. Es ist wieder an. Damit ich nicht sehe, was du für geheime Geheimsachen machst. Es ist wieder an. Ja, 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 ja. Ah! Fuck! Holy shit! Oh, Skeletty Boys. Todes Kito aus der Ebene. Oh. Musst du aufpassen. Das Ding verfolgt mich und nach vorne ist ein... Alter, was geht hier ab? Kapattdeposit. Warum sind hier so viele... Spawner von Traugen? Warum nicht? Da ist eine Skelettarmee. Hier ist viel... Hier ist noch viel Sumpf. Und da vorne ist eine Krypta. Und da vorne ist noch ein Sodling-Spawner, glaube ich. Wie viele Skelette? 15. Die machen an mir 0,5 Schaden, weil ich den Knochenwanz-Buff drin habe. Ohohohoho. Knochenwanz lebt halt in mir fort. Gute Knochenwanz. Du a la Knochenwanz, du. So. Krypta. Die kann man, glaube ich, besser mit dem Boot erreichen. wenn wir das hier irgendwo anlegen würden das ist mir zu nervig diesen ganzen Weg zurück zu legen durch den Sumpf gut man könnte auch durch die Ebenen aber das ist glaube ich noch noch nerviger da ist noch eine Krypta okay also es ist durchaus möglich hier noch einiges an an Eisen raus zu holen es sind sogar noch zwei Krypten die habe ich was denn was denn nix wenn die einfach langläuft und Leichen als ob hier ganz viele Spilette und Graulinge gekämpft haben ha was ist denn ha 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 Schleimmasse sie umzingeln mich scheiß Viecher so jetzt muss ich mal einmal darüber da ist ja noch eine Schleimmasse was geht ab warum ist das Ding so schnell als groß ist okay an dem Spot hier sind drei Krypten in unmittelbarer Nähe okay aber wie gesagt da würde ich sagen da fahren wir mit dem Boot hin weil das ist mir zu nervig also so ist das scheiße zu erreichen sonst über Land davon würde ich abraten okay 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 so da sind wieder die Plains da vorne sind zwei Swordling Spawner ich werde verrückt ja gut ähm was denn und noch eine Krypta also die Plains sind vielleicht ein bisschen ein bisschen schmerzhaft rennst du da gerade rein nein ich renne da gerade raus ich verstehe nicht warum du da überhaupt reingehst ich wollte schon mal gucken wie wie gefährlich das sein könnte wie bin ich jetzt überhaupt im Sumpf gelandet ich wollte zur Basis zurück wir kommen doch noch nicht mal im Gebirge klauen du rennst in die Plains rein ja ja aber gegen einzelne Gegner ist das auf jeden Fall kein Problem ja gegen einzelne nicht aber was sagt das denn darüber aus wie gut wir gerüstet sind noch gar nicht gut sonst würden wir nicht nur gegen einzelne Gegner ankommen oh scheiße ja aber ich weiß schon dass die Kacken viel Schaden machen wenn sie dann treffen also wenn man trotz Essen ein halbes Leben nur noch hat nach einem Schlag dann dann denkt man sich auch so okay also ich habe hier jetzt fünf Krypten gefunden okay fünf und der Sumpf ist hier noch nicht vorbei fuck you Sortling ich bin so froh dass die einfach nichts aushalten ne oh ja das sind ja wirklich Cannon wie nennen wir Glass Glass Cannons Sortling Spawn so da hinten ist noch einer den holen wir uns als nächstes da die Krypte habe ich schon es wird langsam Zeit nach Hause zu kommen yes yes hast du überhaupt noch hast du überhaupt noch Kohle nein mach grad Kohle no 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 Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ihr schwimmt so ein Grauling im Wasser und ich treff ihn einfach nicht. Oh Gott. Dieses ist sehr sad. Jesus Christ. So. Oh oh. Was denn? Oh oh. Was denn? Ich wollte gerade was testen, während du weg bist. Aber es funktioniert nicht mal. Oh oh. Oh oh. Was wolltest du denn testen? Das kann ich dir nicht sagen. Om nom nom. Erstmal Sachen essen. Kev, es ist dunkel. Ich weiß, aber nicht mehr lange. Dann wird es noch dunkler. Ah! Ah! Du rennst ja auch immer weiter. Soll ich dich gleich mit dem Boot abholen oder was? Würdest du das machen? Dann müsste ich einmal um die komplette Insel segeln und ich habe Angst, dass ich sterbe. Skelett. Ach du hast Angst, dass du stirbst. Okay, dann hätten wir ja alles geklärt. Ja. Aber wenn du willst, kann ich gerne einmal rumfahren. Oh. 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 Ist das möglich, dass ich durch die Ebenen zurückkomme? Ähm. Möglich wäre das. Ach du scheiße Elite Drauger. Ich hau ab. Du könntest es ja durchs dünne Stück versuchen, aber... Was war das? Ich habe einfach Damage gekriegt und habe nicht mal gesehen, woher. Da will ich genauso wenig hin. Also wenn du durchs dünne Stück zurückkommst, dann kann ich mal versuchen, dir entgegenzukommen. Ich habe das. 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 Untertitelung des ZDF, 2020